AstraZeneca geht voll ab. Wie findest du die Marke? Ich finde eigentlich alle dort richtig cool. Der Leute, was geht ab? Max Amilian am Start. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute ist es endlich wieder soweit. Nach langem Warten drehen wir eine weitere Episode von Hypebeasts nach erfundenen Modemarken befragen. Viele Hypebeasts sind nicht mehr auf der Straße unterwegs, aber das Format bleibt das gleiche. Vielleicht werden wir das noch anders umbenennen, aber auch der Inhalt und das, was wir tun, bleibt das gleiche. Wir gehen herum, suchen uns Leute heraus, die modische Outfits tragen, und werden die zur Meinung zu einzelnen Marken fragen. Nicht alle Marken sind echt. Wir drehen das heute in der Corona Edition. Das bedeutet, wir werden unter einzelne bestehende Marken erfundene Marken wie Cove ID oder AstraZeneca oder sonstige Begriffe mischen und mal sehen, ob die Leute zugeben, dass sie die Marke nicht kennen, oder ob die einfach sagen, ja, ja, stabile Marke kenne ich eh, Bruder. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg, schauen, ob wir Leute finden. Es ist leider nach wie vor Lockdown, dementsprechend schwierig wird es werden, da ein paar Leute herauszufinden, aber wir haben zwei Stunden. Das heißt, irgendwen werden wir schon erwischen, oder? Let's go! Hätten Sie was gebraucht? Ja, ein Foto will ich machen. Ein Foto? Bist du der Maximilian? Ich bin der Maximilian. Ja, aber natürlich, bitte. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich hätte mich sonst nicht erkannt. Macht euch ein paar. Gerne, gerne, gerne. Danke schön, wir werden schauen, ob es funktioniert. Schönen Tag, tschüss. Okay, let's go. Also bei der wären wir ziemlich eingefahren. Die kennt mich. Also, alles schlecht, gell? Von wegen Kiddie-Fans, Leute. Schaut euch das an. Ganz kurze Frage, wir müssen Schutzmaske ausgefangen. Hast du eine Schutzmaske? Scheiße, wo habe ich jetzt meine Schutzmaske? So, Freunde, wir haben jetzt den ersten modisch gekleideten gefunden. Wie heißt du? Marvin. Marvin. Du hast sehr viele Marken am Start. Ich sehe da die Balenciaga Triple S, dazu ein kompletter Palm Angels Anzug, eine Dior Tasche, eine Louis Vuitton Brille. Also, du bist der Vollgas im Marken-Game drin, oder? Ja, sicher. Okay, okay. Ist das alles echt? Natürlich. Die Brille, wie viel hast du bezahlt dafür? 100 Euro. Okay. Bist du so ein kleines Hype-Bist, kann man das sagen? Ich war ein Hype-Bist, jetzt bin ich eher auf Designer-Klamotten umgesprochen. Designer-Klamotten umgesprungen. Okay, verstehe. Also, Dior und so weiter, Marken, die du feierst, oder? Ja. Was sind deine Lieblingsmarken? Palm Angels. Palm Angels. Dior und Balenciaga. Okay, okay. Palm Angels hat ja jetzt eine Kooperation mit AstraZeneca. Findest du die Kooperation wild, oder sagst du, das ist nicht so dein Fall? Kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Okay. Was sind noch so Brands? Vielleicht gibt es auch Brands aus dem asiatischen Raum, die dir gut gefallen? Eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich, verfolgst du nicht so wirklich. Kapital zum Beispiel? Kenne ich von Justin überhaupt nicht. Ah, okay. Koff-ID trägt Justin ja auch immer wieder gern. Findest du die Marke cool? Kenn ich eigentlich. Okay. Justin bringt jetzt auch eine Marke raus. Gemeinsam mit Freunden. Pandemic, die machen ja da überall jetzt Werbung. Findest du das cool oder nicht so? Eher nicht. Eher nicht. Pandemic findest du nicht so nass? Nein, kenn ich überhaupt nicht. Kennst du überhaupt nicht? Okay. Verstehe. Ja, nice. Dann vielen lieben Dank für deine Meinung. Ich kann da gleich sagen, alle Marken, die ich jetzt gerade genannt habe, waren frei erfunden. Wir testen gerade, ob die Leute darauf einsteigen oder nicht. Aber du bist nicht darauf eingestellt. Ja. Okay. Weil ich die Videos kenne. Ah, du kennst die Videos? Okay, scheiße. Okay, direkt. Das heißt, du kennst auch mich? Ja, natürlich. Okay, perfekt. Dann trotzdem vielen lieben Dank für deine Zeit und vielleicht holst du ja mal was von M.I.M. Machen. Ehrenmann. Danke dir vielmals, Bruder. Schönen Tag. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Bei euch jetzt auch nicht funktioniert, oder? Sicher nicht. Sicher nicht? Ich wollte ja schon seitdem du Fame bist. Wirklich? Seit wann bin ich denn Fame? Keine Ahnung, aber schon seit langem. Seit langem schon? Okay. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Der ist auf keine Marke eingestiegen. Ich glaube, das Format drin wird immer schwieriger. Der kannte das ja auch. So, Freunde. Neben mir steht jetzt der? Mansur. Und da ist dein Kumpel der? Hamed. Hamed oder? Hamed. Hamed. Perfekt, okay. Ihr habt sehr coole Outfits an, würde ich sagen. Ihr interessiert euch anscheinend für Mode, ist das richtig? Ja. Okay, du auch? Ein bisschen. Das ist ja mehr so Snipes wahrscheinlich in die Richtung. Footlocker? Geschenkt bekommen. Ah, geschenkt bekommen. Gibt es auch so teurere Marken, die ihr cool findet? Ja, so Nike Alidas. Was ist mit Balenciaga, Dior und so weiter? Sehr gut. Ist auch gut. FFP2, findest du coole Marke oder nicht so? Nein, ich kenne die nicht. Kennst nicht, okay. Es gibt ja auch andere Marken, die sind jetzt gerade im deutschsprachigen Street-Style-Segment sehr stark unterwegs, wie Peso. Peso kennst du vermutlich? Nein, glaube ich nicht. Peso kennst du auch nicht? Nein, wenn ich sehe vielleicht. Okay, okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, Servus. Das war sinnlos. Macht das gut. TikTok nix? Nein. YouTube. Okay, okay. Das hat gar keinen Sinn. Das wird halt wirklich schwierig. Ganz ehrlich, in meiner eigenen Stadt herumlaufen und modebegeisterte Leute finden, die mich nicht kennen, ist auch eine Aufgabe. Wird immer schwieriger. Das heißt, du kennst mich von YouTube? Ja. Hast du schon viele Videos gesehen? Ziemlich, ja. Die sagen so, ja, ja. Ja, ja. Okay, das drehen wir heute wieder. Danke dir. Ciao, ciao. Freunde, wir haben die nächste modebegeisterte junge Dame gefunden. Wie heißt du? Anastasia. Anastasia. Anastasia, du interessierst dich sehr viel Mode. Ich sehe da die Prada-Bike. Ja. Prada eine Marke, die du feierst? Ja, meine Mutter hat sehr viele Sachen von Prada und sie erlaubt mir manchmal die Sachen auszuforgen. Okay, okay. Ja, wenn die viel von Prada hat, dann hat die bestimmt auch Dinge von Super Sprada Studios zum Beispiel. Ja, also meine Mutter hat eigentlich sehr teure Sachen. Sie hat auch Instagram und macht so Fits, also Outfit und so weiter. SSP, also SSS, Super Sprada Studios, eine Marke, die du feierst? Ähm, habe ich noch nie gehört, ehrlich. Hast du noch nie gehört? Okay, okay. Was sind noch so teure Marken, die du feierst? Ähm, Chanel. Chanel? Ja, wir haben viele Chanel-Taschen zu Hause. Ja. Meine Mutter sammelt die, ja. Bottega Veneta kennst du vielleicht auch? Ja, das kenne ich, habe ich gehört. Hast du zum Beispiel Bottega Veneta? Eine kleine Brille. Danke dir, danke dir. AstraZeneca kennst du bestimmt auch, oder? Ähm, nein, AstraZeneca kenne ich nicht. Sag dir gar nichts? Nein, das ist nichts. Okay, okay. Ähm, was sind noch Dior feierst du? Ja, Dior feier ich. Dior, ja. Die haben ja jetzt die Kooperation mit FFP2. Mir persönlich ist das Ganze viel zu bunt. Was meinst du? Ja, ja, kann ich, ja, gebe ich dir recht. Ja, okay. Also findest du auch, FFP2 macht zu, extravagante Sachen. Ja, aber ich feier die Converse, die Dior, Converse oder die Jordans, die Dior Jordans. Ja, ja, ja. Balenciaga so? Ja, Balenciaga kenne ich. Ja. Feier ich nicht persönlich so. Okay. Die sind eher so auf dieser Quarantine-Vibe. Ja, ja, feier ich nicht so. Ja, würde ich auch sagen. Ich schaue noch ganz kurz nach. Eine Sekunde. Wir haben jetzt 1,40. So. Wie schaut es aus mit asiatischen Marken? Meine Mutter hat einen Freund, der ist Designer. Der hat in Asien so einen großen Shop oder eine Marke. Ja. Der, ja, also... Die haben da bestimmt auch PCR und FFP2 wahrscheinlich. Ja, ja. Die haben alles dort. Ja. Okay, sehr cool. Justin kennst du? Nein, Justin nicht. Sagst du nicht, dieser Mode-Youtuber? Kann schon sein, aber sagt mir vom Namen her einfach nicht. Der hat jetzt die Marke Pandemic rausgebracht. Die ist ziemlich im Hype. Mir ist das Ganze viel zu baggy. Was sagst du? Ja, also ich feier Baggy Sachen schon, aber nicht so zu baggy. Nicht so krass wie Pandemic? Nein, das ist schon ein bisschen... Ja. Und wenn wir bei asiatischen Marken waren, weil du meintest mit dem Store, Koff ID haben die da auch drin? Oder SARS? Wahrscheinlich nicht, gell? Weiß ich nicht. Das gibt es nicht so oft. Nein. Findest du die Marken cool oder nicht so? Ja, es geht. Es geht? Ja. Okay. Also persönlich habe ich nichts davon. Okay. Verstehe. Ja, sehr nice. Gut. Dann vielen lieben Dank für deine Meinung zu den einzelnen Marken, Anastasia. Danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Danke vielmals. Eine Frage habe ich jetzt noch. 90% der Marken, die ich dich gefragt habe, waren frei erfunden. Danke. 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 Anastasia. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke für das Interview. Danke für alles. Danke. Du siehst dich dann morgen auf YouTube. Ja, dankeschön. Perfekt. Danke Anastasia. Mach's gut. Yes, finally. Endlich hat's funktioniert. Film kurz rüber. Mach's gut. Tschüss. Nice. Okay. Boah, da habe ich aber arg manipulieren müssen. Endlich. Wie heißt du? Julian. Julian. Und du? Acker. Acker. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Videos von mir gesehen, aber noch nicht allzu viele. Nein, nein. Wir reden heute einfach ganz einmal über Modemarken. Ich sehe, ihr tragt schon so gern du zumindest. Bisschen baggy, straight cut. Du bist schon dabei in Richtung Customized, die Jeans und so weiter. Das sind Sachen, die gefallen dir? Ja, ja. Sehr sogar. Okay. Was sind Marken, die dir gefallen? Minimal Represent. Peso auf jeden Fall fahre ich ganz arg. Peso feierst du arg? Peso fahre ich ganz arg. MJ Gonzalez trage ich gern. Okay, okay. Und ja, das sind meine Favorites. Du? Ich trage nur das, was mir aufgezwungen wird. Was dir aufgezwungen wird? Warum aufgezwungen? Naja, mir ist es egal, was ich trage. Ich ziehe das Hand zum Beispiel. Aber wer zwingt dir was auf? Er. Seine Mutter wahrscheinlich. Seine Mutter, oder? Okay. Pass laut. Ja, wer ja gerade so von dieser deutschen Fashion Bubble spricht, Patrick Spector, vielleicht sagt euch der was? Nein. Patrick Spector. Der hat jetzt seine Marke rausgebracht, PCR. Geht auch ziemlich gut. Schon was gehört davon? Nein, hab ich nicht gehört. Quarantine vielleicht, wie der gerade arg gehypt? Nein, das hab ich auch nicht gehört. Aber kriegst du Evoque vielleicht? Wie? Evoque. Evoque sagt mir nichts. Evoque sagt, okay, das sagt dir nichts. Ja. Sagt mir nichts. Ich glaube, da drehen wir uns im Kreischen langsam. Hast du schon was geholt von Super Sprider Studios? Nein, hab ich auch noch nicht gehört. Okay. Also das sind alles Marken, die euch nichts sagen, oder? Nein. Okay, perfekt. Die waren nämlich alle erfunden. Ja, gerne. Ich hätte es mir denken. Das ist ja safe. Das ist der Joke. Wir finden raus, ob Leute zugeben, dass sie es nicht kennen oder eben schon. Nein, wir sind ganz ehrlich im Laufen. Ja, sehr gut. Gut gemacht, Jungs. Habt es euch nicht hops nehmen lassen. Perfekt. Danke vielmals. Wünsche euch einen schönen Tag und macht es gut. Ebenfalls. Ciao, ciao. Okay. Ja, es wird immer schwieriger. Es wird einfach immer schwieriger. Hoffentlich findet man noch eine Anastasia. Vielleicht aber auch nicht. Wir schauen. So Freunde, wir haben jetzt wieder jemanden auf der Straße getroffen. Wie heißt du? Sophia. Sophia und du? Simon. Simon. Ihr seid modebegeistert, oder? Du trägst ja die 4er Jordan, du allgemein mit der Moncler Jacke. Also es interessiert euch das Thema, oder? Ja. Auch teure Marken scheinbar. Ja. Gerade du gibst gern Geld für teure Marken aus? Manchmal. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Was sind so Marken, die du feierst? Moncler. Moncler. FFP2 ist auch nice, oder? Ja, ja. Ist auch sein Fall. Wie schaut es aus mit deutschsprachigem Street-Style-Bereich? Kennst du dich da ein bisschen aus? Es geht nicht wirklich. Patrick Spector? Sagt nichts. Sagt dir gar nichts? Okay. Der hat jetzt PCR rausgebracht, die Marke. Sagt dir aber nichts, oder? Hast du mal gehört? Hast du mal gehört? Ja, ja. Okay, nice. Super. Andere teure Marken. Asiatische Marken teilweise. Zum Beispiel SARS-CoV-2 geht ja gerade extrem ab. Überall hört man SARS-CoV-2. Keiner weiß so richtig Bescheid, wann der Drop kommt. Mir ist es ein bisschen zu bunt. Was meinst du dazu? Ich finde auch. Ja? Zu bunt? Ja. Allgemein. Ich finde jetzt kommen immer mehr Marken nach. Es wird alles ein bisschen zu viel. Auch Quarantine übertreibt komplett, finde ich. Ja, stimmt, stimmt. Alle zwei Wochen machen dir einen Drop im Lockdown. Das ist auch gestört. Findest du Lockdowns cool? Gar nicht. Gar nicht. Findet keiner cool, oder? Ja. Okay, was meinst du dazu? Wie findest du die Marken? Ich finde die auch mal so die Marken verbunden. Ich habe die gleiche Meinung wie Simon. Hast du die gleiche Meinung wie Simon. Okay, nice. Was wollten wir noch fragen? Okay, warte. Ich schau mal ganz kurz nach. Ja. Gerade Paris geht ja immer voll ab mit Modemarken. Was sind da so Marken, die du cool findest aus Paris? Jordan. Alles mögliche eigentlich. Jordan. Ja, coole Pariser Marke. Superspreader Studios coole Marke. Auch, ja. Ja, finde ich auch. Biontech finde ich auch nice. Stimmt, ja. Findest du auch cool. Was ist noch cool? AstraZeneca geht voll ab. Ja. Wie findest du die Marke? Ich finde eigentlich alle dort richtig cool. Ja. Man kann auch viel kombinieren damit. Kann man viel kombinieren. AstraZeneca verträgt sich gut mit Biontech, finde ich. Ja, stimmt. Beides auf einmal kann man immer machen, oder? Ja, ja. Okay. Ja, nice. Super. Dann vielen lieben Dank für das Interview, liebe Leute. Und danke für die Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Macht das gut. Tschüss. Okay. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo, keine Ahnung mehr, wie er heißt daher. Sehr nice. Damit können wir aufhören. Das ist das perfekte Ende. Es war nämlich mörderisch schwierig. Freunde, bleibt gespannt. Es kommt jetzt noch einiges von einer Modemarke, die es wirklich gibt, nämlich MEM. Bleibt am Start. Vielleicht gibt es auch nächste Woche eine Überraschung. Who knows, Freunde. Wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr am witzigsten gefunden habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann mit einem Unboxing irgendwann wieder. Wir schauen, was kommt. Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian.